Und Showtime! Moment, ich muss was gucken. So, herzlich willkommen, liebe... Stop, Run and Jump, Freunde, sozusagen. Weil das, was wir jetzt ja machen, ist ja, glaube ich, ein Stop and Run, Jump... Schüch, verstehst du? Und jetzt offiziell allen schönen Nein. Ich sage jetzt schon, für alles, was ihr jetzt gerade da macht, wenn ich jetzt was sage und ihr sagt was, sage ich dazu schon jetzt Nein, okay? Für alle einen schönen Sonntag gewünscht. Ich weiß, einige werden jetzt denken, aber Gosi macht Nein. Einfach Nein. Einfach Nein. Allen schönen Sonntag gewünscht. Einfach Nein. Egal, was ihr sagen wollt, einfach Nein. So, ich schalte mal den Großmodus um. Also, das heißt, ich mache jetzt nicht groß, weil das wäre kritisch wieder. Okay, so, was gibst du erzählen? Nein, ich will gar nichts erzählen. Wir wollen sofort losfahren mit dem Gaming. Laufen, fahren, schweben, fliegen, klettern, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Los, lass uns reinjoinen. In the Modus. Zum Schluss, beim letzten Mal war das ja so, dass es schon ein bisschen... Ein bisschen, ne, so ein bisschen so irgendwie wurde, oder? Es wurde so ein bisschen, naja, abartig. Abartig kann man sagen. So, ich schalte mal in den sogenannten Dingsbums-Modus um. Achtung mal, disch. Okay, das haben wir. Jetzt muss ich nur noch die Definition finden. Disch, disch. So. Okay, geht gut. Ja, ich weiß. Go. Äh, disch. Nee, nee, Skyrim, nur ab und zu schicke ich dir mal was. Dazwischen gibt es, wie gesagt, 5000 andere Tweets. Du kriegst, also das meiste kriegst du wirklich gesagt nicht mit, äh, Skyrim. Das meiste kriegst du wirklich nicht mit. Da fehlt einiges an Bildungslücke, die dir fehlt, Skyrim. Guck mal Twitter nach. Versuch mal die letzten 3000 Tweets. Dann verstehst du mich. Ach, Mensch, ich bin ja schon total aufgeregt. Kommt ja noch gar nichts, Mann. Ich bin schon wieder völlig aufgeregt, Mann. Wir stecken uns, wir stecken uns wieder in den Timer, oder? Wasch, alle, du, wohnen, Kanzler. Die Twitter-Tweets, aber habe keine Konkurrenz. Warum kommt denn jetzt so ein langer... Wie spät haben wir es überhaupt? Für die YouTube, Leute, es ist 1.25 Uhr. Ich würde mal sagen, wir geben uns mal 30 Minuten, oder? 35 Minuten erst mal so, um zu gucken, wo wir da so stehen. Speech, activated. Jetzt geht es hier ja los, diese Psycho-Zeugs, Mann. Schade, dass das nicht wieder von unten anfängt, sondern... Ich weiß nicht. Muss ich das jetzt spielen, wirklich, Mann? Aber du wolltest es doch, Cosima. Ja, Schnauze. Mann, die Musik. Oh Mann, jetzt wird es eklig wieder. Wie Samson von der Sesamstraße immer gesagt hat. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui oh man jetzt wird es abartig dieses spiel das fing so schön an dieses spiel jetzt wird es abartig man ist es so traurig geht licht ich habe gar kein licht und dann mach auf mann geht kein licht habe ich jetzt nicht war eine riesen klappe warte da sind noch andere kinder drin ich versuche dich zu retten okay ich weiß selber nicht was ich machen soll du musst warten oder sowas ich versuche dich zu retten und die anderen okay ich weiß aber noch nicht was ich machen muss und wieso ich das machen muss und warum ich das mache und was hier eigentlich los ist aber wenn sich die möglichkeit besteht dann versuche ich dich zu retten okay und die anderen ich versuche dich auch zu retten okay warte mal vielleicht kann ich die tür hier aufmachen warte ich hier pass auf ich schiebe dich ich schiebe dich weg dann kann dir dann findet er dich nicht ich schiebe dich weg dann findet er dich vielleicht nicht und du kannst dich vielleicht so befreien oder sowas so dann sieht er dass alles leer ist okay vielleicht sieht er dich jetzt nicht nicht denn da ein totes mal gucken ob ich da oben auf die kisten muss oder ob ich muss bestimmt auch mal auf diese so oder komme ich da durch okay also auf die kisten ja und sabbazahn gefeift ja ich habe nicht viel geschlafen weil ich habe von monte tansi und julian bern geträumt habe ich auch ein tweet drüber gemacht war ein bisschen schwierig der traum ja nun komm ich da durch sag mal komm ich da durch doch ich komme natürlich da ist eine lampe oder entzündigt die gleiches machen nein bitte kopf geht sie ah gott sei dank ne si do war nicht da war hä warte mal von von da da war ach das ist es ah das ist es hier ist es jetzt weiß ich wo ich bin jetzt weiß ich wo ich bin ah muss ich muss hier ich muss hier okay ich muss bestimmt an den hebel da ziehen dann muss ich den großen kann ich die große kiste nehmen geht das also oh man da muss ich muss es okay ich muss dich leider wir müssen leider uns nochmal fühlt mir leid ich muss ich leider nochmal mitnehmen und so wir müssen die in nicht k k k k k k Was ist das? Geh doch da hoch! Puh! Wo ist denn das Mann, Alter? Ich krieg noch ein Optikproblem, Junge. Geh doch da! Geh doch da hoch! Mensch! Puh! Puh! Du machst mich fertig, Mann! Du machst mich fertig! Ich werde müde. Ich glaube, ich muss schaukeln. Muss es weiter hin oder so? Vielleicht ist es weiter hin. Ja, da wo das Licht ist wahrscheinlich. Warte mal. Ja, da wo das Licht ist. Ja, da wo das Licht ist. Häääh! Ich muss irgendwie... Nicht schieben! Geh doch da hoch! Ääääääää! Warte mal. Ah, das heißt, wenn es noch dahinter ist, dann muss ich noch ein Stück weit davor. Du machst mich echt fertig, Mann. Du machst mich echt fertig. Du machst mich echt fertig. Bomben, Mann. Geh doch so. Okay. Mann, bitte, helf mir doch mal. Komm, geh doch hoch. Nur von der Seite, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das machst du mit Absicht, oder? Du willst gerne springen und deswegen gehst du da nicht hoch. Wir wollen doch die Kinder retten und sowas alles, Mann. Hör auf, mich zu verarschen. Kommt der Sache, glaube ich, nicht mehr, oder? Jetzt! Ja, ich hatte es schon. Mach doch. Oh Mann, du machst mich fertig, Alter. Mx, bitte, lass doch den... Geh... Hoch! Lass die... Nein! Du machst das mit Absicht, oder? Du machst das doch mit Absicht. Ich kann nicht mehr, Mann. Ich habe gerade gegessen. Hör doch bitte auf damit. Der kommt jetzt gleich wieder und dann frisst der uns, Mann. Lass doch das da jetzt. Geh da hoch jetzt. Mann, oh Mann, du machst mich echt. Kinder. Kinder. Go! Ja, natürlich, Alter. Bestimmt soll ich damit noch schwingen, oder? Ja, natürlich. Geh hoch! Boah, mach's mich... Ja, doch jetzt... Ja. Mann... Bitte, bitte! Bitte! Nein, Mann! Ah, jetzt geht's auf einmal, wa? Ja, los! Mach! Okay, dann schwingen wir jetzt. Was willst du benutzen zum Springen? Warte, soll ich springen? Lauf, 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 lauf! Ja, schüch! Mann, 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 Mann. Floschen, gefeift. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben wir einen Timer gestellt, ja. Oh, nee, da ist das Auge da oben schon wieder. Ja, ja, nun? Ah, wahrscheinlich auch, ja, dann. Nein! Nein! Oh, Mann, das hat das Bägeton. Ah, Gott sei Dank. Warte mal, das ist eine Kerze. Ah, eine Kerze. Ich dachte schon, das ist eine Bombe oder so oder so. Ah, jetzt bricht bestimmt gleich der Boden wieder irgendwo. Komm ich da rein? Da komm ich rein! Nee. Hä? Hä? Oh, Mann, oh, Mann. Da kommt was! Was macht der da? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Was ist das schon wieder? Wie jetzt? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, oh. jetzt muss ich an dem vorbei oh man komm ich da nicht dran vorbei oder man da macht Kinder in so ne Säcke rein auf da muss ich durch er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen er kann mich nicht sehen er kann mich nicht sehen kann ich es da durchlaufen es loslo es loslo es ist es ist es es ist es 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 am es Ich renne einfach durch. Ich renne durch. Ich renne durch. Bitte! Lass doch durch! Ich hab zwar alles geschafft. Ich habe noch einen Armut. 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 Lauf doch bitte! Lauf! Oh nein, er kommt durch! Lauf weiter! Fuck! Nein, Mann! Ich habe noch einen Armut. 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 Aber anscheinend hört er nicht immer auf. Ich habe noch einen Armut. 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 Ich mache noch einen Armut. Ich schaff das nicht, Mann. Warte mal, guck mal, wenn es knarrt, ob er läuft. Also wenn er läuft, ob es knarrt. Er fühlt überall, ob ich da irgendwo bin. Wann, 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 wann. Mach doch deine Arbeit weiter. Ich dachte, der geht jetzt durch die Tür noch. Ich muss anscheinend irgendwie an denen jetzt vorbei. Und wahrscheinlich komme ich nur vorbei, indem ich vorbei rennen muss. Und dann muss ich im nächsten Raum irgendwas machen, wo ich noch nicht weiß, was ich machen muss. Das wird ewig daran. Mann, ich habe mich in dem Pfeiler versteckt. Okay, das geht nicht anders. Oh Gott, oh Gott, das wird nicht zu schaffen sein, Mann. Der kriegt mich ja immer. Der hat die riesenlangen Arme, der Vogel. Der ist ja dreimal so groß, Mann. Vielleicht renne ich gleich hinterher. Du kannst das. Komm schon, Mann. Was geht es gleich los? Ah, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh, da ist ein Hebel. Da ist, da, 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 da durch, da durch, da durch. Jetzt noch was? Da ist ein Knopf, glaube ich, gewesen. Mann, ich habe keine Chance gegen den. Der fasst mich immer jedes Mal, Mann. Mann, ich habe keine Chance gegen ihn drauf. Mann, ich habe gar nicht die Chance gegen ihn. Meine Herren, wir nitrogen. Vielleicht sollte ich auf den Tisch springen. Ja, auch nie. Ah, der verfolgt mich bestimmt in den nächsten Raum. So einfach ist es nicht. Der verfolgt mich bestimmt. Das heißt, ich muss irgendwas machen. Auf den Knopf drücken und dann geht vielleicht die Klappe auf. Du! Lauf! Jetzt sei der Knopf, der Knopf da vielleicht. Der Knopf, bitte der Knopf! Der Knopf! Lauf doch! Drück auf den Knopf! Scheiße, Mann! Ey, ich krieg doch niemals diese Kobel da reingesteckt, wenn der Typ hinter mir rumrennt, Junge. Mir tun schon die Arme weh. Ruf die Polizei, die kann mir bestimmt. Mann, ich krieg doch niemals... Der Typ ist doch unimmbar, der Vogel da. Warte mal, ich lasse mich mit einwickeln. Ich lasse mich mit einwickeln. Ich dachte, ich lasse mich mit einwickeln und fahre mit dem Band durch oder so. Ich muss irgendwie durchkommen, ohne dass der Typ mir folgt. Das ist hier das Problem. Das kann man auch mit mir Kann es sein, dass ich gebückt lauter bin, als wenn ich gerade laufe? Ich glaube, ich sollte gerade laufen. Ja, geh an deinen Tisch wieder. Ich glaube, ich bin, wenn ich gerade laufe, leid. Mann, kacke! Mann, Pissen, Elke, Mann. Vielleicht muss ich mir genau die Strecke merken, wo es nicht knarrt oder sowas. Vielleicht knarrt es nicht überall. Zeit ist um. Wir geben uns mal noch 10, 15 Minuten, okay? Wenn ich es dann nicht schaffe, müssen wir es nächstes Mal probieren. Ich werde das nicht schaffe, wer es verändert. Ich werde das nicht schaff Senhor. Ich werde das nicht schaffe. Ich werde das nicht schaff. Oh, ja, natürlich, Alter. Einen Affentempo, Alter, kommt ein King Kong hinterhergelaufen. Ja, natürlich. Die Balken, die überspringen. Naja, wir haben die Option. Die Balken, die kommt an den Weg. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und das hier sollte... Das ist jetzt ein ververses Spiel, Alter. Mann, das ist ververs. Ach! Man, ich schaff das nicht. Kein Plan, Alter. Gnade überall. Nicht aufgeben. Hm. Vielleicht muss man ein Licht anziehen. Vielleicht kommen wir mal. Gnade überall. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wollte ich auch sagen Geht der Haken da durch? Ja, geht in den nächsten Raum Aber wie komme ich auf den Tisch? Ich komme da gar nicht hoch Irgendwo von hier vielleicht Gucken, ob es hier irgendwas gibt Schublade aufziehen Ja, eine Schublade aufziehen Ach nee, warte, ich muss da festhalten, genau Da vielleicht Oh, Pfanne Ja, genau Ich muss irgendwie Sightlight springen Aber ich kann nicht Sightlight springen Man Über den Käfig Ich wüsste nicht, wie ich auf den Schrank raufkomme Wow Basko, gefeift. Ich komm. Mann, da kommst du nirgendwo hoch. Ja, 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 nochmal. Jetzt komm ich nicht mehr hoch. Yes. Ja, 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 ja. Komm schon, geh doch hoch. Ach. Da hab ich dir einen Tipp gegeben. Ja, gib mal einen Tipp. Gib mal einen Tipp. Komm mal sonst nicht weiter hier. Wir haben noch sechs Minuten, sonst müssen wir das nächste Mal weitermachen. Warte mal, nee, warte mal. Ich probiere noch was. Ich versuche mal da ranzuspringen. Warte. Danke. Keine Chance. Ich hoffe ich sogar aus der Kiste raus Ich glaube selbst wenn ich da auf diese Kiste rauf kommen würde, geht es da glaube ich auch nicht weiter, oder? Ich komme mir nicht weiter. Klingt von Tuch zu Tuch. Wenn du in der Mitte am Käfig bist, musst du da lang klettern, aber niemals auf den Holzboden. Musst du da lang klettern? Da kann man aber nicht klettern. Oh der Typ stresst. Der Typ ist stresst. Ich weiß nicht wie ich da oben rauf kommen soll. Ich weiß nicht. 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 Geht aber nicht. Ich will nicht klettern. Jetzt habe ich gewonnen. Hoffentlich. Und? Oh nein, jetzt hat er mich schon wieder gehört. Ah, das war es wieder gewesen. Oder? Ja, er kommt nicht. Gut. Jetzt schnell weg. Gott sei Dank. Oh, das hört ja bestimmt. Eyo. Los. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh mein. Oh mein. Da ist ein Schuh runter gefallen. Das ist bestimmt diese eingepackten Kinder, wo ein Schuh runter fällt oder so was. Jetzt geht es nicht weiter hier. Okay. Da ist eine Lampe. Oh ja, bitte, bitte schnell die Lampe anzünden. Ah. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Mann. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das haben wir geschafft. Ah. Gott sei Dank. Danke, Basko. Aber normalerweise nicht spoilern. Nur wenn ich frage oder so. Oder wenn man mich fragt, ob ich Hilfe brauche. Sonst nicht spoilern bitte immer. Und Zoom. Zoomix. Gepfeift. So, dann würde ich sagen, ihr an der Stelle mal auf. Mir reicht es heute schon wieder. Mir reicht es schon wieder hier. Ich weiß schon, wie ich die Schnauze voll habe. Ah, wir sind auch fertig. Piep gerade auch. Das reicht mir. Diese Action reicht mir wieder. Ja. Ja, 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 ja. Was mache ich denn gleich was rummachen? Für heute reicht es mir wieder zum Hauptmenü bitte. Dankeschön. Kurz das Lied. Da läuft es schon, Skyrim. Hör mal. Und für die YouTube-Leute. Okay, ist jetzt hier am Ende. Ist ein bisschen blöd. Der Skyrim hat jetzt 100 Subscribings vollgemacht. Hm. Hätte ich am Anfang erzählen sollen. Jetzt kriegt es wahrscheinlich gar keiner mehr mit. Aber ist egal. Ich habe es wenigstens mal auf Video erzählt. Ja, Skyrim hat wie bei uns nämlich 100 Subscribings vollgemacht. Hm. Oh Gott, dieses Spiel ist echt krank, Mann. Aber ein schönes Spiel. Ein schönes, krankes Spiel. Gott sei Dank bin ich bei dem vorbei, Mann. Ich hätte da bestimmt noch zwei Stunden... Ich hätte da bestimmt noch... Keine Ahnung, wie lange, wie viele Stunden ich da an dem da herumgegangen hätte. Bis ich auf die Lösung irgendwie gekommen wäre. Ach, Gott sei Dank, Mann, ey. Gott sei Dank. Das haben wir Gott sei Dank hinter uns. Ja, für die YouTube-Leute oder freunde Leute... Leck mich ja mal an. Was? In mir reicht es jetzt, Mann. Ich habe gerade gegessen und dann dieses Spiel, Mann. Das ist ja... Stell dir mal vor, ich hätte jetzt Outlast gespielt. Hätten ja bald noch gekotzt oder so. Wahrscheinlich, keine Ahnung, Mann. Oh, das hat das Spiel... Das ist ja... Oh, Mann, oh, Mann. Ich freue mich schon, dass wir irgendwann Outlast 2 spielen. Das wird auch wieder so ein... Und Sie will in das Horror-Abend weitermachen. Oh, weih, weih. Vielleicht machen wir einfach mal so ein... Wollten wir ja auch irgendwann mal so ein Horror-Abend machen, wo wir so ein Horror-Abend machen. Dann können wir wenigstens mal die Spiele alle, die so ein bisschen horrorlastig, so ein bisschen angehaucht sind, so... Dann mal spielen oder sowas. Wir kommen ja sowieso nicht aus dem Arsch. Also haben wir noch genug Material, wo wir dann sagen können, ja, machen wir mal so ein Horror-Abend. Weil wir ja sowieso... Oder so ein paar Dinge am Lauf machen oder so. Puh, zur Halloween-Zeit. Jetzt fliege. Wäre das vielleicht mal eine Idee, oder? Nee, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt schauen. Nein, auch nicht. Aber, verstehst du? Los, abflugieren. Ja, ich will jetzt nicht. Ja, ich will jetzt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020